Gewalt in der Al-Aqsa-Moschee, Brandanschläge auf Synagogen, Bomben auf Gaza, Raketen auf Jerusalem und Tel Aviv. Der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern eskaliert wieder einmal. Was die konkreten Hintergründe sind, die zur aktuellen Gewalt geführt haben, darum geht es heute. Ich grüße euch, hier ist wieder Konstantin und das ist mal zur Abwechslung ein Video aus einem sehr aktuellen Anlass, nämlich der neuen Eskalation der Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern im Nahen Osten. Und wenn euch auch dieses Thema, dieser sogenannte klassische Nahostkonflikt interessiert, dann schreibt es mir gerne und abonniert den Kanal, dann kriegt ihr hier öfters was mit. Und ich merke, ob es euch interessiert oder nicht und dann kann ich auch gerne mehr Videos zu diesem Thema machen. Heute soll es um die Hintergründe der jetzigen Gewaltspirale gehen. Und vielleicht müssen wir uns zuerst mal das Wort Gewaltspirale anschauen. Gewaltspirale, das wird oft benutzt, zu Recht meiner Meinung nach, im Kontext mit dem Israel-Palästina-Konflikt. Und eine Gewaltspirale, das bedeutet, dass sich gewalttätige Ereignisse, dass die sich aufeinander beziehen, dass die sich gegenseitig beeinflussen und dass sie aufeinander aufbauen. Das eine führt zum anderen und es wird immer größer. Deswegen dieses Bild einer Spirale, die sich immer weiter aufzieht. Und das trifft hier leider sehr gut zu, wie wir gleich sehen werden. Bei diesem Konflikt, wie bei vielen Konflikten im Nahen Osten eigentlich, ist es super, super schwer, wirklich zu sagen, wo man anfangen soll. Also wo soll man beginnen, diese Geschichte zu erklären? Es wird manche Stimmen geben, die sagen, da müsste man tatsächlich Jahrtausende in der Vergangenheit anfangen. Und das ist kein Witz, es gibt diese Stimmen und sie haben auch sogar eine gewisse Berechtigung. Aber dann würde dieses Video heute etwa drei Stunden dauern. Konkret diese Gewaltspirale, von der wir jetzt im Mai 2021 sprechen, die hat viel damit zu tun, mit dem Streit um Land und mit der Vertreibung von einigen palästinensischen Familien von einem Stadtteil im Osten Jerusalems, aus Sheikh Jarrah. Dieser Ortsteil ist ein hauptsächlich von Palästinensern bewohntes Gebiet und hier geht es eben darum, ob einige palästinensische Familien, die dort lange leben, ihre Häuser verlassen müssen, damit dort jüdische Siedler einziehen können. Das ist so grundsätzlich das Ganze. Aber natürlich, wie so oft, muss man hier sehr viel weiter in die Vergangenheit schauen, um zu verstehen, was da eigentlich die Implikationen sind und wie es dazu kommen konnte. Etwa um 1870. Also Jerusalem, die ganze Levante und große Teile des Nahen Ostens, waren damals unter Kontrolle des Osmanischen Reiches. Und damals gab es so die Bewegung, eine hauptsächlich von europäischen und amerikanischen Juden getragene Bewegung, Land in Jerusalem im Heiligen Land zu kaufen. Und das passierte auch in diesem Fall. Und in den 1870ern kaufte also ein jüdischer Trust, also was genau ein Trust ist, ist schwerer zu erklären, aber eine jüdische Gruppe kaufte dort Land in dem Gebiet, das wir heute auch als Sheikh Jarrah kennen, in einem Teil, was heute Ost-Jerusalem ist. Gut, ganz legal gekauft, das gehörte nur in diesem jüdischen Trust. Dann, wir springen ein paar Jahrzehnte in die Zukunft, 1948, der israelische Unabhängigkeitskrieg. Und im Zuge dieses Krieges kommt Jordanien, der Staat Jordanien, den wir auch heute noch kennen, in Besitz dieses Teils von Ost-Jerusalem. Und die Jordanier siedeln dort palästinensische Flüchtlinge an, die ihr Land im heutigen Israel verloren haben, die nun keine Heimat mehr haben. Und Jordanien sagt, ihr könnt hier auf dieses Land in den 50er Jahren, siedeln sie auf dem Gebiet dieses jüdischen Trusts palästinensische Flüchtlinge an. Mehrere Familien, die noch heute dort leben. Nun aber, ein paar Jahrzehnte weiter in der Zukunft, nach 1967, da ist die Situation wieder anders. Denn im Sechstagekrieg von 1967, da hat Israel die Ost-Jerusalem wieder erobert. Also hat Israel nun Kontrolle über dieses Gebiet, auf dem 1870 oder in den 1870ern dieser jüdische Trust das Gebiet gekauft hat. Wir haben also diese Situation, dieses Land war ganz legal von einem jüdischen Trust gekauft, aber die palästinensischen Familien sind auch ganz legal dort eingezogen, zumindest nach geltendem jordanischen Recht damals. Nun ist also diese Frage, wem gehört das Land dort? Wer hat das Recht, dort zu leben? Und es hat es noch verkompliziert, dass dieser Trust, dieses Land, mittlerweile an eine sehr rechte jüdische Siedlerorganisation verkauft hat. Und die möchten nun, dass die Familien dieses Gebiet räumen müssen, dass sie rausgeworfen werden. Und es gibt in Israel dieses Gesetz, dass Juden, die ihr Land, ihr Eigentum im Krieg von 1948 verloren haben, dass die wieder Ansprüche darauf erheben können. Aber es gibt im Gegenzug kein Gesetz, dass das Palästinensern erlauben würde, ihr verlorenes Eigentum vom Krieg von 1948 in Israel wiederzubekommen. Also wir sehen hier, schon mal ganz juristisch und geschichtlich sind da schon einige Konfliktlinien vorgegeben. Und nun sollte es dazu kommen, dass das oberste israelische Gericht entscheidet, was nun passiert letztendlich. Zusätzlich zu diesem Konflikt gibt es noch andere Faktoren, die die Stimmung aufgeheizt haben. Zum einen haben israelische Sicherheitskräfte das sogenannte Damaskustor in Jerusalem geschlossen. Das war gerade während des Ramadans, ist es ein beliebter Treffpunkt für muslimische Palästinenser. Und auch das hat schon zu sehr viel Unmut geführt. Und darüber hinaus hätte es seit 15 Jahren mal wieder palästinensische Wahlen geben sollen. Also die letzten waren 2006 und seitdem konnten die Palästinenser ihre Führung nicht mehr wählen. 2021 hätte es soweit sein sollen, aber der Präsident Mahmoud Abbas hat das Ganze auf unbestimmte Zeit wieder verschoben. Und auch das hat natürlich zu sehr, sehr viel Unmut in der palästinensischen Bevölkerung geführt. Und nun, Anfang Mai 2021 kam es dann zu Entladungen von dieser Frustration, von diesen Konflikten. Am 6. Mai kam es zu ersten Zusammenstößen zwischen jüdischen Siedlern und Palästinensern. Und hier beginnt nun das, was man als Gewaltspirale bezeichnen kann. Denn ein paar Tage später, in den frühen Morgenstunden des 9. Mai, da haben israelische Sicherheitskräfte die Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem gestürmt. Und was es mit der Al-Aqsa auf sich hat, das erkläre ich mal in einem anderen Video. Ich war selber vor ein paar Jahren dort. Man kann zusammenfassen, die Al-Aqsa-Moschee ist das drittwichtigste Heiligtum im Islam nach Mekka und Medina. Steht aber dort, wo früher der jüdische Tempel stand. Also es ist auch gleichzeitig ein heiliges Gebiet für die Juden. Und bei dieser Stürmung der Al-Aqsa-Moschee, da wurden auch mehr als 200 Palästinenser verletzt und die Bilder gingen um die Welt. Und israelische Polizisten und Sicherheitskräfte, die die Al-Aqsa stürmen, ist natürlich ein Fanal in der muslimischen Welt, sowas mit anzuschauen. Und dementsprechend, ihr wisst, Gewaltspirale, das eine beeinflusst das andere, kam es dann am Tag danach, am 10. Mai, zu der Bildung eines arabischen Mobs in der israelischen Stadt Lod, also palästinensisch-arabisch. Und da kam es auch wieder zu Gewalt. Es wurden Steine geworfen und Brandbomben. Es wurden Gebäude zerstört wie Schulen, eine Synagoge. Es gab Angriffe auf Krankenhäuser und so weiter. Und währenddessen hat die Hamas, auch wieder ein Thema für sich, aber die islamistische, von der EU zum Teil als Terrororganisation gewertete, Hamas, die im Gazastreifen regiert, die hat Israel ein Ultimatum gestellt, hat gesagt, bis zum Abend müssen die israelischen Sicherheitskräfte von der Al-Aqsa weg sein. Das hat Israel nicht getan. Und kurze Zeit nach Ablauf dieses Ultimatums hat die Hamas dann begonnen, aus dem Gazastreifen mehr als 150 Raketen auf Israel abzuschießen. Und die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass Israel so etwas grundsätzlich nicht unbeantwortet lässt und hat daraufhin mit der Israel-Aqsa-Serie im Gazastreifen angegriffen. Und die örtlichen Behörden im Gazastreifen sagen jetzt, dass mehr als 30 Palästinenser dabei getötet wurden, darunter auch 10 Kinder. Unter den Toten waren wohl auch ein Kommandeur der Hamas und zwei Kommandeure des islamischen Dschihad. Das ist eine andere radikale Gruppe, die, wie der Name schon sagt, sich auf den islamischen Dschihad spezialisiert hat. Und laut israelischen Angaben waren aber der Großteil der getöteten Hamas-Mitglieder oder Kämpfer. Also wir sehen hier schon, es geht jetzt ganz stark ins Framing, wer wurde getötet, wie wurden Leute getötet. Ab hier geht es wirklich ins Interpretieren und wem schenkt man mehr Glauben und so weiter. Zumindest zum jetzigen Standpunkt ist es praktisch unmöglich, wirklich zu sagen, zu investigativ nachzuforschen, was jetzt wirklich stimmt. Aber das ist die Situation als Vergeltung für diese Vergeltungsluftschläge hat die Hamas wieder Raketen abgefeuert. Mittlerweile trifft es Jerusalem, es hat jetzt auch Tel Aviv getroffen und auch dabei sind mehrere Menschen getötet worden. Ich glaube, Stand jetzt sind es drei Menschen, die durch die Raketen der Hamas gestorben sind und mehr als 90 wurden verletzt. Das ist der Stand dieser Gewaltspirale jetzt hier gerade am Morgen des 12. Mai, wie es weitergehen wird. Das werdet ihr in den Nachrichten erfahren. Und wenn es euch interessiert, dann kann ich gerne auch öfters mal auf so aktuelle Themen eingehen und versuchen, da die Hintergründe zu erklären, gerade auch bei diesem Konflikt. Lasst es mich wissen in den Kommentaren. Abonniert den Kanal, dann kriegt ihr das auch immer mit, wenn es dann halt soweit ist. Und ja, ich hoffe, das Video konnte euch zumindest ein paar Informationen und Hintergründe liefern. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. In diesem Sinne bis dann und ciao.